Ah, sehr schön. Die ersten Mal Sicherheit. Das können wir nicht. Ah, die Wand ist graut. Der Krug. Aufwerten können wir nichts. Ah, nein. Du hast doch irgendwas dabei. Was wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Tu was. Los. Ich fasse Wurschen. Ja. Und Steinen. Das wird dich lehren. Nö, er ist ja tot. Gut. Du wirst ja nichts mehr lernen. Okay. Das bricht nochmal dort. Ich glaube, wir müssen da durch. Ich glaube, wir müssen da durch. Das wird ein schmaler Gang. Oha. Scheiße, wo sind denn die hergekommen? Ich bin wieder hier. Und den nochmal ausschalten. Ich will nur ein paar Münzen. Ach nein. Oh doch. Du hast doch irgendwas dabei. Was wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Tu was. Los. Oh, Scheiße. So. Puh, das wird knapp. Und jetzt hier. Zum Fenster. Und leer. So. So. Raus. Hm. Eine Katze. Oh. Ja. Das ist ein Überrotter. Magister. Das Episanguis. Mal sehen. Perfekt. Perfekt. Darf ich fragen. Wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Oha. Das können wir brauchen. Das können wir brauchen. Das war einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Puh. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht, hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war, für nennen wir es, hm, bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Wenn wir es klauen, oder? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hinternpatrouille laufen. Oh, Geräusch los. Episanguis? Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Friedhof bei Nacht, das kann ja nicht gut ausgehen. Warum seid ihr so aufgeregt? Sie machen eine an. Direkt in die Rappengrube. Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermalen. Okay. Dann gehen wir wieder hoch. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Na dann. Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran. Die Wirkung hält nicht sehr lange an. Darüber mit euch. Das ist sehr gut. Und. Mhm. Okay. Neue Sachen zum Auffuschen. Schnell. Gibt sich hier natürlich nirgends von der Fackel. Es scheint der Ausgang zu sein. Los. Es ist nicht mehr weit. Und durch. Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Los, jetzt hier. Greif. Verdammt. Das war nicht so geplant. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los. Es ist nicht mehr weit. Der liegt hoch. Du musst immer was. Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas. An dem ich mich hochziehen kann. Okay. Sind wir erstmal sicher jetzt? Oder nicht? Hier müssen wir doch hoch, oder? Ich brauche. Da ist der Boden weggebrochen. Das heißt wir müssen hier hin. Ah, ja. Wo waren wir jetzt lang? Ich weiß es gerade nicht. Wir müssen das Zeug herstellen. Ein Karren, wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Ein Karren? Wo? Wo gibt es hier einen Karren? Ich glaube, wir müssen da lang. Da liegt... Da liegt Zeugs rum. Ne, das ist eine Rackenbube. Wird man lieber hier hin leuchten. Da drüben auf den Friedhof müssen wir nicht, oder? Ein Karren? Hier unten ist der Gast, da müssen wir nicht hin. Ich fürchte, wir müssen durch die Gasse gerutschen. Hier rüber. Und jetzt hier... Mit dem Zeug... Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle mal festnageln. Ah, ok. Und dann dort hin, wenn wir... Ah, ok, verstehe. Hier... Hier... Da kommen doch auch hier alle her. Hier kommen wir den Karren. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. Wo wollen wir damit hin? Hier hin? Bestimmt nicht. Okay, so nicht. Doch, den sollte man da rüber holen, oder? Ein Karren. Wenn ich ihn da runter hole, könnte ich daran hochklettern. Um hier rüber zu kommen, oder wo? Ja, macht Sinn. Ich mache mal hier den Weg ein bisschen frei. Und dann das Zeug. Oh, Odorus. Oh, Odorus, liebe Odorus, äh, was? Jetzt, die Laterne, schnell! Die Laterne, bitte, was? Ah, naja, die Laterne ist hier. Gut. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. Es tut das. Und die Ratten kommen zurück. Da müssen wir was tun. Nochmal Odorus streuen. Etappenweißung. Ein Karren. Wenn ich ihn da runter hole, könnte ich daran hochklettern. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. eh, das war nicht so erfolgreich. Ich muss da ein neues Ding uns machen. Die Nazirno Schätzt doch, dass du hierher musst Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln Und jetzt hier Es darf nicht schief gehen Wieso? Ich habe euch abgelenkt Was ist das? Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln Dann sehe ich wenigstens was passiert Oha, da kommen die Ratten Zu weit weg oder was? Ich denke die nicht ab Ich weiß nicht, ob ihr hier durchpasst. Ach du Scheiße Aber wie sonst? Ein Karren Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern Ihn da runterholen Gut Hoffentlich bewegt sich das Ding noch Das ist gut jetzt Magie weiter Ich habe den Gussogen Nein, nein Ach komm Ach komm Ach komm Ach komm Ach komm Ich verstehe was wir machen sollen Aber Ein Karren Ein Karren Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern Und jetzt Ist das los Nein Als ob Wie können wir Was können wir mit euch tun ist da noch ein paar Ratten abschubblittern. Eine Laterne bringt ja recht wenig. Da kriegen wir da wirklich was mit der Laterne hin. Ah ja, vielleicht können wir die Ratten einfach vernichten. Das wäre doch eine Idee. Wenn wir sie dort halten könnten. Wir haben auch noch ein paar Ratten, aber... Das könnte klappen. Das müsste klappen. Als Opfer nein, nein! Die zwei, drei Ratten killen sie natürlich. Ja klar. Wie so eine kleine Ratte, da kannst du nicht drauf treten. Durchaus verständlich. Ich lustiere die erstmal. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Wenn sie jetzt schon mal hier ist. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle mal festnageln. Nein. Nein, das ist nicht gut. Nichts da hin und... Nein, die gehen da auch nicht hin. Nein. Nein, die kommen da wieder. Ich habe einen Plan. Denk nach, Alicia. Du kannst die Ratten in jede Richtung lenken. Du musst sie in die Enge treiben. Jetzt hier. Rein dort. Ihr Viecher. Es sind immer noch vier, fünf Ratten. Die werden mich jetzt killen. Die vier, fünf Ratten. Gut. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. Hoffentlich killt mich die eine Ratte, die jetzt so rumläuft nicht. Doch, das tut sie. Das Spiel ist so... Wenn ich ihn da runter hole, könnte ich daran hochklettern. Hm, nice. Und das Spiel nicht so genau... Also nicht so verdammt ungenau wäre. In den Ratten. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle mal festnageln. Es wird so nix. Das führt zu nix. Jetzt sind die Ratten dort an der Stelle. Die werden dort auch immer bleiben. Jetzt kann ich die irgendwie in die Richtung lenken. Wenn das hier nicht klappt, dann haben wir auch eine Grube. Das ist jetzt relativ unklug. Denk nach, Amicia. Du kannst die Ratten in jede Richtung lenken. Du musst sie in die Enge treiben. Ne, darüber bringt das nix. Vielleicht kann ich sie in die verbarrikadierte Gasse locken. Und mit der Laterne dort festhalten. Denk nach, Amicia. Du kannst die Ratten in jede Richtung lenken. Denk zu den Zeckkreis. Ich weiß. Aber wenn da nur eine Ratte überlebt. Sind wir am Arsch. Und mit der Laterne dort festhalten. Das sieht doch jetzt sauber aus. Hoffentlich verwegt sich das Ding noch. Sehr schön. Oh nein. Das war äußerst diskret. Gut, nur noch etwas weiter. Oh, da sollte es hin. So, hier. Und hoch hier. Na endlich. Na bitte. Es geht doch. Du schaffst das. Ich bereite mich mal vor. Okay, keine Steinchen mehr. Das wäre schlecht. Okay. Wir haben eine Fackel. Da können wir rein. Mein Gott. Was ist hier passiert? Die Inquisition ist passiert. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Das ist hier. 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 Das ist hier.